Moin moin und herzlich... Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Oder Kyra gesehen. Ach ja. Ja, äh... Herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, ähm... Wir sind hier jetzt, äh, in Ark. Wir haben eigentlich noch eine Quest zu erledigen. Im Herzland. Nee, in den Gebirgen im Norden. Und müssen da ja nochmal hin. So, ich muss ein bisschen für mich leiser machen. Ich hoffe, für euch passt die Lautstärke. Es ist jetzt nicht lauter als meine Stimme. Einen Obolus. Der Herr wird es euch verglücken. Ich habe keinen Obolus. So, und wir brauchen ja eine bessere Rüstung. Also, wir wollen wieder bessere Rüstung haben. Madame. Bisher. So, und, äh... Ich muss auch erst einmal wieder reinfinden. Die letzte Folge, die wir hatten, war jetzt auch, äh... Die erste Folge... Seit... Ein paar Monaten, glaube ich. Anderthalb Monate, wo ich da äh... Enderal zuletzt gespielt hatte. Daher muss ich ja auch wieder reinfinden, so... Und, äh... Ich weiß noch ungefähr, worum es geht, aber... Naja. Wir müssen ja erst einmal wieder reinfinden. So, daher machen wir uns mal auf den Weg, äh... Ich muss auch in die Steuerung wieder reinfinden. Ich hatte da auch irgendwie was umgestellt. Das ist für mich auch angenehmer ist, zu spielen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, äh... Genau jede einzelne Taste, die ich jetzt umgelegt hatte. Ich glaube, genau, das war jetzt meditieren. Ja, der wunderschöne Ladebildschirm. Ah, das ist auch herrlich. Immer wenn... Das ist immer so nah ist. Ich mag es nicht, wenn... Wenn es immer so nah an den Charakter ist. Ich mag immer diese... Und diese Perspektive. Okay. Ich mag immer entweder die Third Person Ansicht so aus dieser Entfernung. Oder die Ego Perspektive. Und ich liebe es im Spiel immer... Also sie spawnen hier auch doch wieder. Na, die ganze Tiere. Auch die Skelette? Jo, tatsächlich. Aber die sind jetzt nicht mehr so stark wie, äh... Vorher. Ah, stimmt. Warte mal. Wir kamen hier am Kristallwald ja nicht weiter. Da war ja irgendwie was zu... Äh... Zu hart für uns. So. Die Spuren, die wir hinterließen. Vier Sterne Aufgabe, okay. Vielleicht irgendwie was anderes erstmal. Die haben wirklich Bestes hier. Wir wissen wie bei anderen Geheimnisse heraus sind, was der Schlüssel aus Jiro Schatulle öffnet. Okay, der ist auch nicht sichtbar. Das waren sozusagen von Golfersilberherr nach Gegenständen besuchen, die Merkur Eisenflut gehören könnten. Ich aktiviere das mal. Machen wir erstmal die anderen Quests. Die kleinen. Ich glaube, die Werte sind voller. Wo muss ich dafür hin? Wieder zurück nach Arten. Okay. Dann sammeln wir dadurch auf jeden Fall ein bisschen Erfahrungspunkte und können dann nach und nach uns bessere Rüstung organisieren. Ne, das wollte ich nicht. Y-Springen, okay. Ja, ich muss wirklich wieder reinfinden. Übrigens, auch so als kleine Info, falls ich mich am besten komisch anhöre, ich bin ein bisschen erkältet. War vor ein paar Tagen sogar noch mit Fieber im Bett. Deswegen, ich bin noch nicht ganz fit, aber ich bin schon fit genug, dass ich wieder aufnehme. Klar, na, es ist ein bisschen, naja. Aber ich bin halt noch ein bisschen krank gerade. Me Dame. Misere? Hallo? Sorry, ich wollte Sie nicht umrempeln, Reisende. Marosche, was macht? Boah, ich mag es, wie die hier aber auch manchmal sprechen. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Schön. So, wo muss ich dafür hin? Meine Meinung will ja keiner hören. Es wird auch solche geben, die ganz und gar von ihrem Vater abwecken und ein Leben. Na los, geht weiter. Was willst du jetzt? Ich kam gerade durch die Tür und du machst mich hier an? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, was ihr braucht und macht schnell. So, okay, was ist, äh... Meinen so bekannten Reisenden? Was kommt denn aus? Ich muss, äh, bremzige Genesungstränke. Muss ich hier? Die Asche-Witwe. Mit dem Legenden, der blinde Schürfer. Dann finden wir die auch noch hier. Einen hatten wir ja von Mythen und Legenden ja getroffen, gefunden. Äh, ne, hier. Wenn ich schon durchsuchen, die Meoga Eisenfurt gehören könnten. Den Acker-Schlosser, äh, Meoga Eisenfurt scheint irgendetwas zu belassen. Im Gespräch erwähnte, dass ein gewisser Gold vorbewiesen habe, dass es am Ende nur um Geld ginge. Vielleicht sollte ich rosten, was dieser Krämer damit tun wird. Hm? Hallo. Werde ich gesehen gleich? Irgendwer sieht mich. Was muss ich, muss ich wirklich hier gucken? In seinen Wahn? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ja, jetzt... Amethyst, äh, Bauplan, Eisenschwert, Streitkolben. Bericht eines unbekannten Reisendenbahn 2. Eisenfurt's Laute. $5ign. $6. $5. $5. $5. $ign. Ok, $5. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Bürger und Bürgerinnen Arx, leckt eure Lippen in ungezügelten Verlangen, wenn der Duft unseres unvergleichlich duftenden frischen Brot in eure Nase steigt. So, Meunga, Bälle Eisenfußlaute zeigen, kommt euch diese Lautzucker nicht bekannt vor? Das, äh, was zum Henker? Woher habt ihr das? Habt ihr sie diesem Halsabschneider abgekauft? Bitte, lasst sie mich berühren. Ich muss sie sehen. Ja, ja, natürlich. Beim Namen der Sonne, das, ja, das ist sie. Und Vera hatte recht. Danke. Das bedeutet mir wirklich etwas. Keine Ursache. Ist das die Laute eurer Gefährte? Oder wer ist Bella? Nein. Bella war meine Tochter. Oh. Und sie ist vor genau einem Mond und drei Tagen von uns gegangen. Das tut mir sehr leid. Was ist passiert? Fleischmagen. Wir... Wir konnten nichts tun. Nichts. Wisst ihr, was das Bitterste daran ist? Eine Woche bevor der Apothekarius es festgestellt hat, sie hatte einen Mann kennengelernt. Ihr hättet sie sehen sollen. Da war so viel Lebensmut in ihr. So viel Freude. Und dann... Es ist einfach nicht gerecht. Mein Beileid. Bella war eine Künstlerin, wisst ihr. Sie konnte so schön die Laute spielen und singen. Und immer wenn sie es getan hat, kamen die Leute aus dem ganzen Viertel und haben ihr zugehört. Sie hat sich sogar Schreiben und Lesen beigebracht. Vera und ich dachten, dass sie eines Tages durch die Lande zieht und... Naja... Was rede ich da daher? Ihr habt sicher Besseres zu tun, als dem Gejammer eines alten Mannes zuzuhören. Aber... Falls euch interessiert, wie Golfur an die Laute gekommen ist, wir hatten Schulden bei Golfur. Und drei Wochen nach Bellas Tod ist die Dünenheimer Karawane mit unserer gesamten Jahreslieferung Eisen von Banditen überfallen worden. Tja... Und wie es eben so ist, wollte dieser Halsabschneider nichts von unserer Trauer wissen und drohte, die Garde zu alarmieren, wenn wir die Schulden nicht zum ersten der Sternsommernacht zahlen. Naja... Und den Rest der Geschichte könnt ihr euch sicherlich denken. Wir mussten die Laute verkaufen. Wir hatten keine Wahl. Aber trotzdem... Es hat sich angefühlt, wie einen Teil ihres Andenkens fortzugeben. Und bis auf diese Schatulle haben wir jetzt gar nichts mehr von ihr. Äh... Was hat es mit der Schatulle auf sich? Ach... Bella hat darin ihre Liedertexte und Gedichte aufbewahrt. Ihre kleine Schatztruhe sozusagen. Aber die Schatulle hat ein spezielles Schloss und nur sie weiß... wusste, wie man sie öffnen kann. Aber ihr seid doch Schlosser. Müsstet ihr nicht wissen, wie die aufgeht? Eigentlich ja. Aber die Schatulle war ein Geschenk von mir an sie und sie ist mit einem besonderen Mechanismus verschlossen. Sie bestand darauf. Es waren ihre Geheimnisse. Es ist ein komplizierter Mechanismus. Die Schatulle hat insgesamt vier Bolzen. Wenn man sie in einer bestimmten Abfolge in eine bestimmte Richtung drückt, öffnet sich das Schloss. Ich könnte sie natürlich zertrümmern, aber wer weiß, was dann mit ihren Werken passieren würde. Wenn ich sie zerstören würde, könnte ich mir das nie verzeihen. Verstehung dieser Einschnitzung, das LRLU auf dem Rücken der Laute hat etwas damit zu tun, richtig? Ja. Links, rechts, links, unten. Ich habe die Schnitzung nie bemerkt, aber Vera schon. Aber das allein hilft uns nicht. Man muss die Bolzen insgesamt zwölfmal betätigen. Mit der Laute allein haben wir nur die ersten vier. Und wisst ihr, ob eure Tochter noch mehr Hinweise hinterlassen hat? Ja, das hat sie ziemlich sicher. Vera und ich haben uns schon Gedanken darüber gemacht, wo sie die versteckt haben könnte. Aber momentan kann ich es mir einfach nicht leisten, auch nur einen einzigen Tag ohne Arbeit zu verbringen. Ihr... Ihr wart sehr großzügig zu mir. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber meint ihr, ihr könntet versuchen, die fehlenden zwei Hinweise für uns zu finden? Äh... Was würde für mich dabei raus sprechen? Ich habe nicht viel aber... Vielleicht kann ich mein Wissen als Handwerker mit euch teilen. Und der Herr würde euch für eure Güte entlohnen. Das spüre ich. Gut, ich helfe euch. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Also... Ich habe euch ja schon erzählt, dass Bella liebend gern gedichtet hat. Es gab eine Gedichtssammlung, die sie besonders gemocht hat. Die Roten Balladen. Sie ist immer in die Arca Bibliothek gegangen und hat die Ausgabe dort gelesen. Also vielleicht... Ihr müsstet einfach mal nachsehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Buch einen Hinweis hinterlassen hat. In der Bibliothek und was ist mit dem dritten Hinweis? Das ist schon schwieriger. Aber es gab einen Ort in der Nähe vom Hafen, zu dem sie immer mit diesem Jungen gegangen ist oder wenn sie ungestört sein wollte. Habt ihr eine Karte? Da. Vielleicht ist der letzte Hinweis dort. Seht euch einfach um. Danke für all das. Ich werde für euch beten. Wendet die Lautheit zum Meer bringen und in der Bibliothek nach Informationen über Mondscheinballaden suchen. Die Höhle in der Königsbucht untersuchen. Wir machen erst mal das mit der Bibliothek. Mit der Ballade. Ich glaube, das wäre einfach schon danach in die Höhle. Ich glaube, das wäre wirklich einfacher. Würde mehr Sinn machen zuerst. Äh, sind das Volk die Trauenfelsen in den Gruppen? So. Hey, pass doch auf! Ja, es steht nicht alle im Weg rum. Nicht ich bin frech, ihr seid frech. Ihr steht alle im Weg. Oh nein, nicht der schon wieder. Ich mag den nicht. Der ist gruselig. Oh, warte. Ah. Interagieren. Ihr durchblättert ein Gedichtband. Es dauert nicht lange und ihr werdet für mich auf der letzten Seite befindet sich ein Hinweis rechts unten, links oben. Okay, dann... kann ich das direkt hier weitergeben? dass ich eben dann am Ende hier die Auswahl habe, zu sagen, was richtig wäre und... Geht weiter! Ach, halt die Klappe! Was ist von denen ihr Problem? Ich glaube, die wollen allen volles Wund aufs Maul. Ich habe Bücher, Schrifträume, Wrenkel, andere für den Schmei der Magisträume. Alter, viel zu viel Gelaber hier. Achso. Wir können nur zum Südviertel, also zum Hafenviertel. also wir müssen das zuerst machen. Hm? Hm? Ja? Ja? Vor der Ära Asatorons und damit im Wieden der... Wo muss ich jetzt genau hin? Warten mal. Höhle der Königsbaut. Oh. Schreitet wohl. Schreitet, Medam. Schreitet wohl. Die Wachen sind mir sympathischer als die anderen hier. Ahoi. Ahoi. Hm? Hm? Soll ich hier vielleicht rum? Ich glaube hier rum würde schneller gehen, oder? Aber da waren wir halt schon drinnen. In der Höhle. Meine ich. Alter! Schreckt es mich einfach mal. Unglaublich. Nice, Franke. Ah ja, die Riesen-Spin. Ist das wirklich schon so lange her? Ja? 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 Nice. Ja, wir waren auf jeden Fall schon mal hier. Hatten hier schon alles gelootet. Interagieren in Schrift. Vorsichtig tastet ihr den Baumschrub ab und werdet prompt fündig. Auf der Rückseite sind die Buchstaben U-U-O-L eingerissen. Unten, unten, oben, links. Mir sogar beim Öffnen der Schatulle helfen. Hatte Bella hier wirklich mit den Spinnen gechillt? In der Höhle? Aber warum? Oder waren die Spinnen zu der Zeit noch nicht da? Ich liebe die Musik. Sorry, aber ich liebe das einfach. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Schlösserknacken ermöglicht euch sowohl das Knacken. Okay, suchen wir einen Meogar. So, und ins Herzland. Ich bin jetzt aber auch ein bisschen zu sehr wegen irgendeinem Kamm verwöhnt. Nein, ich wollte springen. Da konnte man ja wirklich überall hin ohne Ladebildschirm... Sorry. Ohne Ladebildschirm. Hättet recht, Bella hat im Rücken des Gedichtbannes einen Hinweis hinterlassen. Großartig. Sie hatte tatsächlich einen Hinweis in einen Baumstumpf eingeritzt. Die Reihenfolge war... Ein Baumstumpf. Das sieht ihr ähnlich. Dann haben wir jetzt alle. Kommt mit, wir probieren es gleich aus. Da, das ist die Schatulle. Dann wollen wir mal sehen. Oh, beim rechten Weg. Es muss einfach funktionieren. Links, rechts, links... Ja, das hört sich gut an. Die ist aber leer. Ja. Es hat geklappt. War im rechten Weg. Es hat geklappt. Ja, das klingt ganz nach ihr. Ich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Ihr habt vermutlich nicht die geringste Vorstellung, wie viel mir das bedeutet. Diese Gedichte ist... Es ist, als wäre sie wieder hier. Nur flüchtig. Aber dennoch. Naja. Ich habe euch versprochen, mich erkenntlich zu zeigen. Ich denke, ich könnte euch das ein oder andere über mein Handwerk verraten. Oder ich gebe euch ein paar allgemeine Ratschläge. Was denkt ihr? Äh, nein. Lernt mir was von eurem Handwerk? Gut, lasst mich nachdenken. Wie ein Schloss klingt, kann maßgeblich für seine Beschaffenheit sein. Versucht das nächste Mal darauf zu achten. Wo gibt es Hohlräume? Und wie viele? Es klingt simpel, aber es ist essentiell. Glaubt mir. Und jetzt wäre ich euch für ein paar Minuten allein sehr verbunden. Ich muss das hier meiner Gefährtin zeigen. Noch einmal. Habt Dank. Das werde ich euch nie vergessen. Äh, kein Thema. Und, äh, danke für das Schlösserknacken, äh, plus drei. Wäre mir tatsächlich lieber als, äh, Handwerk. So, ähm. Ja. Die gingen aber relativ schnell. Was haben wir hier noch? Das verlorene Bildnis finden. Äh. Weden Treffpunkt am alten Leuchtturm finden. Zwei Seelen Teil 3. Kalia am Tempel suchen. Ich glaube, das ist die Hauptquest, oder? Arantel von Geheimnissen, äh, Geschehnissenbericht, äh, Geschehnissenbericht. Das ist die Hauptquest. Kalia, äh, wird erleichtert sein zu hören, dass Jesper und ich wohlbehaltene Ältere angekommen sind. Ich sollte mit ihr sprechen, sobald sich die Möglichkeit dazu ergibt. Vermutlich finde ich sie im Tempel. Ähm. Die Bruderschaft der Kor, mit den Arka-Miratenwärten, Juna sprechen und Passagen zur Insel der Kor erbitten. Mirella, Göttertrunk, eine angesehene Alchemistin aus dem Adelsviertel, vermisst anscheinend ihren Sohn Rukas. Laut ihr... Laut ihr Erzählung ist Rukas vor einigen Jahren einer Sekte namens Bruderschaft der Kor beigedreht, die allerdings im Orn aufs A verbannt wurden und eine abgelegene Insel nahe Dünheim erzogen haben. Seit Wochen gibt es jedoch von der Insel kein Lebzeichen mehr. Göttertrunk sorgt sich und will, dass ich dort nach dem Rechten sehe. Okay, machen wir das. Was da wohl passierte ist? Warte mal, wie viel trage ich? Okay, ich habe genug Platz. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Wir müssen uns ja auch mal um die Kleinsachen kümmern. Und uns mangelt es an Erfahrungspunkten. So, vor allem auch hier. Wir haben ja keine Änderungspunkte, aber wir haben sehr viele Lernpunkte und Handwerkspunkte. Stufe 31. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Häppliche Exquisitäten. Ja, okay. Mit den Handwerks- und Lernpunkten weiß ich auch nicht anzufangen, muss ich ehrlich sagen. Ach, da oben muss ich hin. Jetzt ist die Frage, ist das eine gute Idee, was ich vorhabe? So viel zu tun. Hm? Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll es gehen? Ist der Name Rukas ein Bebet von Guerilla, das muss gesucht erzählen und Passage bebeten. Die alte Göttertrunk, meint ihr? Dann hat sie tatsächlich jemanden gefunden. Ja, ich denke, dass ich euch zur Insel bringen kann. Aber seid vorsichtig, in Ordnung. Ich meine, aus der Ferne Knochenreißer dort gesehen zu haben. Knochenreißer? Was war ein Knochenreißer? Ähm. Ach. Da unten bin ich? Eine Kokosnuss. Gewicht 0,3. Okay. Noch eine Kokosnuss. Noch eine Muschel. Ähm. Ich wollte nicht unter Wasser bleiben. Okay, die Musik wird sich nicht einig, welches abgespielt werden soll. Ich wollte die Insel in der Korne hinweisen, über das Schicksal der Katisten suchen. Einen Weg finden, in das Gemeinde heraus zu gelangen. Ich wollte die Insel in der Korne hinweisen, über das Schicksal der Katisten suchen, einen Weg finden, in das Gemeinde heraus zu gelangen. Ähm. Ich glaube, die Zeit besser. Habe ich Lebensmittel? Ich habe noch Rätseln. Okay, ich sehe da Blut. Ich glaube, hier lebt keiner mehr. Doch, da ist eine magische Barriere. Ich glaube, die Hinweise finde ich wahrscheinlich eher. in den Häusern. Benötigt einen Schlüssel. Hier kann ich rein. Okay. Hier sind auch wieder Knochenreißer. Ne? Wir wüsten gerade. Die Groschen nehme ich mit. Die Groschenreißer. Die Groschenreißer. Die Groschenreißer. Die Groschenreißer. Das ist auch noch. Das ist der Groschenreißer. Der heilige Orden. Nacht. Baurezepte nehme ich mit. Roben der Bruderschaft Brief der Chor Insel der Chor nach Hinweisen über das Schicksal der Kultisten durchsuchen 1 von 7 Brief der Chor Bruder Slyris Reize Sternensommernacht 8231 nach ST Wie soll ich mein Glück in Worte fassen? Vier Tage ist es her, dass Druella ihre Vision von der Insel hatte. Nur wenige Tage davor hatten uns die Heuchler des Ordens aus der Stadt geworfen. Unser Glaube sei Ketzerei und Frevel vor dem Herrn. Chors Liebe sei Dank erzählte uns Druella, beschämt von ihrem Traum. Skurril nicht. Skurril nicht. Wie schämt sich dabei war es doch eindeutig. Chor hatte durch sie gesprochen, um uns den Weg zu unserer Heimat zu weisen. Noch am selben Tag zogen wir los, um unsere Zuflucht auswendig zu machen. Wie erwartet verspotteten uns die Dünenheime. Eine solche Insel gäbe es nicht. Selbstverständlich lagen sie falsch. Kaum hatte uns ein Fischer natürlich gegensollt, wenn dieser Welt würde schon etwas umsonst tun. Ein paar Meilen vor die Küste gebracht, sahen wir die Silhouette unserer neuen Heimat. Da lag sie im Sonnuntergang. Schnee, weißer Sand, die Palmen sanft und Wind weht. In Sula Coris, Chorsinsel. Ich werde ihre überraschten Gesichter nie vergessen. Die Insel begrüßte uns mit frischem Holz, Nahrung und perfektem Wetter. Binnen zwei Tagen waren erste Behausungen errichtet und wir machten uns an den Bau des Gemeindehauses. Auch die magische Barriere, die uns vor bösen Mächten und Knochenreißern beschützen soll, funktioniert wie geplant. Scheint, als wäre dieser Arkanist sein Geld wert gewesen. 13 Brüder und Schwestern zählen wir an diesem Tag. Und 13 werden wir sein, wenn wir uns hier zur Grabe legen und unser Geist im Kurs endlose Liebe übergehen wird. Okay, 13 Leute gibt es hier. Oder gab es? Ich frage mich, wie viele von denen jetzt tot sind. Was war das? Notiz an Silon. Die Medaillons der beiden toten Schwestern finden. Silon, wenn du das liest und ich hoffe inständig, dass dies der Fall ist, weil es bedeutet wird und dass du wieder zu Sinn gekommen bist, heißt das, dass Corr uns bereits in seine Arme rufen hat. Die Barriere soll verhindern, dass die Bieste aus Dünheimen unter den heiligen Opfern wüsten. Auf den Amuletten unserer beiden toten Schwestern dürftest du die heiligen Worte finden. Bitte Silon, komm zu uns. Horstliebe durchflutet dich nach wie vor. Von Kopf bis Fuß, jeden Winkel deines Körpers, deiner Knochen, deines Herzens. Ich spüre es einfach. Unsere letzte Umarmung wird glorreich sein. Ich wollte das mitnehmen. Okay, aber dafür brauchen wir jetzt Schlüssel. Hier komme ich da runter. Ich glaube über den Weg hier, oder? Ja. Okay, hier können wir auch rein. Ich mag die Musik hier. Ein magloser Granatstein. Ah, lassen wir. Die fünf Offenbarungen im Korn. Ja, werde ich nicht vorlesen. Rief der Chor. Was haben wir da? Okay, da kann ich mich nicht dran bedienen. Okay, auch zur nächsten Note. Ähm. Joel! Alter, auf einmal so eine Riesenspinne? Wieso feil ich nicht? Der Kampf ist doch vorbei. Habe ich irgendwie was? Ich dachte schon, ich habe jetzt irgendwie einen negativen Effekt. Dass ich nicht heilen kann oder so. Es hat nur einen Moment gedauert, bis ich dann als versteckt gegolten habe. Ich speicher vielleicht einmal, bevor ich da reingehe. Also weiter versuche. Wüstspinnenkönigin. Da haben wir noch einen Brief. Drei von sieben. Nein! Ich wollte nicht da hin. Zurück! Da drücke ich das Falsche. Wieso? Ich wollte hier ein bisschen Licht haben. Äh. Okay. Eine Eisenkriegs-Axt. Mit agierend seltsamer Büste. Eine Büße? Die Maske wirkt seltsam, lebendig. Ob es sich um die Gottheit des Kultes handelt. Das Kultes Chor handelt. Auf jeden Fall. Also ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel und die beiden Medaillons, um hier weiterzukommen. Die suchen wir noch. Da unten sind Schlammkrabben. Oder Königskrabben. Die sind harmlos. So, die Gloschen nehme ich mit. Roben der Bruderschaft. Ein Lederhelm. Ein Silberring. Was haben wir da? Datteln! Der Pfadbuch verachtet die Ankunft. Das müssen wir noch lesen. Noch ein Brief der Korre. Rezept Wolfsblut. Nehme ich mal mit. Der Krake. Ja. Okay, was macht das? Die ganzen Büsten. Haben wir eine Büste vergessen? Oder mehrere? Geh mal in die nächste Route. Unser Anhänger des Straßendiebs nehme ich mal mit. Lederhaut. Brief der Korre. Noch mehr Roben der Bruderschaft. Hier gibt's aber jetzt keine Büste. Okay, also nicht überall gibt's so eine Büste. Geh mal mit. Geh mal mit. Ein Stahl, ja. Äh, oh. Was haben wir hier? Äh, noch so einer? Na? Ja. 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 Der hat viel durchgehalten, jetzt muss ich auch wieder was essen. Oh, das mit dem Leben ist ein bisschen heftig hier. Ah, okay, wir sind jetzt einmal um die Insel herum. Da möchte ich diese Bausenstämme eigentlich immer irgendwie aufnehmen. Mitnehmen. Und anfangen irgendwie irgendwo eine Hütte zu bauen. Ich habe in letzter Zeit zu viele Survival-Spiele gespielt, also privat. So, in die Hütte können wir ja nicht rein, weil es einen Schlüssel benötigt. Dann gehen wir mal hier ins Land. Wie gibt es hier? Verlorene. Musst du kurz überlegen, wie die hießen. Äh, Schwester Corrie? Und Dana? Die sind verloren, oder? Denas Medallion? Nun Streitkolben? Morish Medallion und Ruhm Kriegsaxt. Warum waren die verloren? So, hier waren wir aber noch nicht drin. So, ein Hinweis fehlt uns noch. Das kriegen wir wahrscheinlich aus der Hütte. So, letzter Hinweis. Nice. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, was habe ich jetzt aus Versehen mitgenommen? So, was habe ich jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erstmal sofort von Ratten überrascht Unterirdische Höhle Und was haben wir hier? Seltsamer, wasserfarbener Trank Ich würde den hier mal nehmen, den ranzigen Heilungstrank Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge darunter Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's, euer MaxDeus Und ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020